Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Komm es rein im Dortmunder Platz. Jawohl. Und Schlangelite. Slalom, Baby. Slalom. Yeah. Hinterrad drüber. Fast. Aber auch schön, dass du so eine kleine Wohnsiedlung bist. Auch immer wieder schön. Moin. Guten Tag. Morgen. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Geht er? Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Dankeschön. Immer noch voll wie Heu. Jawohl, fast. Auch noch fast. So. Jetzt. Boah, das wird nix. So, fahrt mal nicht. Vielleicht gibt's nur eins, was ihr machen könnt. Ja, und was wird das jetzt? Hm? Was? Was fällt der Scheiße? Oh, das ist genau. Was ist denn? Wie fahren aber schlecht. Können wir fahren, du mal vernünftig hier. Will ich denn anders fahren? Ich glaub net. Mann, 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 Mann. Was für ein Ding, was für ein Teil. Der ist auf jeden Fall nix für ein Gelenkbus. Hättest du gedacht, das wäre ein Lappel rinnt. Ah, okay. Wow. So, macht das wieder perfekt. Hallo. Moin. Morgen. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Gerne. Danke. Einmal Kurzstrecke, bitte. Danke. Das Winter ist lang. Wollte ich aber auch nur erwähnt haben. Hihiihihi. Oh. War da ein Stoppschild? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich denke mal das ist für uns die richtige oder okay fast die richtige aber egal ja wunderbar alles gut erreicht so meine lieben ich hoffe euch die hat die folge gefallen betriebsfahrt ist klar und wir sehen uns zur nächsten folge wieder habt einen schönen tag